Meine Frau müssen Sie überhaupt kennen, die stand schon in der Bibel, stand drinnen, eine große Dürre wird kommen. Und da habe ich sie genommen, was denkt ihr, wie der die ist? Ach, nee, vornehm ist sie, das muss man sagen, die spricht alles so schön, gibt doch so Leute so frisiert, so. Guten Tag, wie geht's da? Ist doch ein bisschen doof, lass es. Ich komme gestern aus meinem Gesangverein, ich bin im Gesangverein, wir haben ein Lied gesungen, wir haben gesagt, an deinen Busen lass mich hohen. 22 Mann. Kommt nach Hause, sagt man, wo kommst du jetzt her? Die spricht so vorne, ist ja ich aus dem Gesangverein, sagt, ihr säuft doch da nur rum, wann sind die eigentlich? Nachts um zwölf, wenn man nach Hause geht. Du solltest lieber arbeiten, die man gerade so, wo ich in meinem Leben überhaupt noch nicht arbeite. Da stand neulich in der Nungs in der Zeitung, stand drinnen, ein Mantel gesucht, nach Bitterfield, der Schreibmaschine schreiben kann, Englisch, Französisch und Stinnigaffee. Dann bin ich nach Bitterfield gefahren. Nun war er da zur Verspätung, ich komme da spät an, der Laden war zu und war ein Knopf, hab ich mit dem Namen draufgetrinkt, hat sie oben geklingelt. Geht ins Fenster gucken, komm raus, mit dem Mann dran. Und er sagte, was wünschen Sie? Ich sage, ich komme wegen dieser Anlungste. Dann sagt er, nach dem Zwölf, ich sage, das war eine Verspätung. Ich sage, wenn Sie einmal sind, kommen Sie doch raus. Ich, so. So, dann Sie kommen wegen, ich sage, ja, können Sie Schreibmaschine schreiben? Ich sage, ich, nee. So, dann kennen Sie Englisch, Französisch? Ich sage, ich, keine Ahnung. So, dann, wie ist denn mit der Stinnigrafie? Ich sage, mein Gott, was ist denn das denn wieder? So, dann, wissen Sie, mir kommt das so vor, als ob Sie überhaupt nichts kennen. So, ich, nee. So, dann, was wollen Sie denn dann hier? So, ich wollte Ihnen bloß sagen, dass ich die Stellung nicht annehme. Wir haben da so einen kleinen Jungen, der ist sexual. Und der macht sich immer so dreckig. Nicht wahr? Macht sich eh golddreckig. Und wir sind so reine Leute. Nein, ich komme an, das ist auch so. So, wie siehst du aus? So, ein bisschen riesiges Ferkel. Weißt du, was ein Ferkel ist? So, dann, ja, so, das ist der Sohn von alten Schweinen. Hat er mir gesagt. Nee, was die Kinder alles machen. Nein, ich gucke aus dem Fenster, wie unten drei Treppenburg. Gucke runter, zwei so eine kleine Limmels haben, zwei junge Dackel, obwohl die so mit den Schwänzen zusammenknossen. So, ihr seid wohl verrückt geworden. Das ist doch Tierquälerei. Wenn ich das so mit euch machen würde. So, der ganz kleine Onkel, kannst du solche kleinen Knoten machen? Danke nicht. Ich bin der Muttern. Nee, die Kinder, die Kinder. Nee, nee, ach eh. Letzten Sonnabend kam sie auch zu mir, auch so vor. Und er sagt, Paul, Paul, du musst die Fenster potzen. So, eh. So, deine Sache. Und er sagt, nein, das kann ich nicht, wenn ich runterstürze, dann breche ich mir den Hals. So, dann denke mal, wenn ich es runterfülle, dann sage ich, mal, dann bleibe ich rünnen. Nee, ich sage, ich habe hier eine Fabel auf die Idee. Pass mal auf. Wir nehmen ein Plätbrät, ein Plätbrät. Kein Mensch sagt, Plätbrät. Man sagt, Miegelbräte oder Plätbräte, wie ist das Plätbräte? Und dieses Plätbräte, das schieben wir aus dem Fenster raus. Da stehst du dich draußen. Ich sage, komm, komm, komm. Bin doch nicht weich und geh auf so Plätbräte. Ich sage, du wart es ab, nimmst den Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, gehst raus auf dem Plätbrät und putzt. Ich sitze von der anderen Seite im Zimmer auf dem Plätbrät. Dann ist das Gleichgewicht hergestellt. Kannst du nie runterfallen. Und ich selten dämlicher Hund. Ich gehe auf so einen Quatsch ein. Nimm einen Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, weil er sich auf dem Spal das Plätbrät raus und fang an zu putzen. Auf eh mal klingelt es bei uns unten an der Haustiere. Da vergisst die, dass ich auf dem Plätbrät stehe. Nimm den Haustiere, geht in den Treppen runter wieder. Ich war früher unbedingend. Da kommt auch ein Mann mit so einem Ding gleich auf dem Chaussé. Da schließt die die Ausdürung. Fiegt mich da liegen und sagt, Paul, warst du, dass der eben geklingelt hat. Wie wir noch nicht.